Ich bin Mathe-Peter und in diesem Video erkläre ich dir, wie die quadratische Ergänzung funktioniert, wenn vor dem x² noch eine beliebige Zahl multipliziert wird. Sagen wir zum Beispiel, du möchtest 3x² minus 18x plus 27 quadratisch ergänzen. Also du möchtest diesen Term wieder in diese Form hier bringen, a plus b² oder a minus b² mit irgendeinem Summanden hintendran. Dann kannst du grundsätzlich genauso vorgehen, wie wir es uns auch in den letzten Videos angeschaut haben. Zuallererst solltest du aber diesen Faktor hier, der dich stört, diese 3, erst einmal ausklammern. Du klammerst ihn aus, führst dann wie gewohnt die quadratische Ergänzung durch und dann multiplizierst du ihn wieder rein. Das ist die Vorgehensweise. Wenn wir ihn ausklammern, dann bedeutet das, dass wir jeden dieser 3 Summanden durch diesen Faktor teilen müssen, den wir ausklammern. Also wir müssen durch die 3 teilen. Das heißt, wir haben hier x² minus 6x und hier haben wir noch eine plus 9. Gegenprobe, wenn wir die 3 wieder rein multiplizieren, dann kommen wir wieder zu dieser ursprünglichen Aufgabe zurück. 3x² minus 18x und plus 27. Jeder Summand muss mit dieser 3 multipliziert werden. Und jetzt führen wir einfach mit dem Term, der hier steht, eine quadratische Ergänzung durch. Wir bringen das Ganze wieder in diese Form hier, a plus b² oder a minus b². Und die 3, die bleibt erst einmal vorne stehen. Also dreimal und dann schauen wir mal, was passiert. Für die quadratische Ergänzung gehen wir grundsätzlich immer so vor, dass wir nur mit den ersten beiden Summanden arbeiten. Mit denen hier führen wir eine quadratische Ergänzung durch. Und die plus 9 bleibt einfach erst einmal hinten stehen und die wartet, was dort passiert. Mit ein bisschen Platz, weil wir dort noch eventuellen Summanden ergänzen müssen. In der Klammer drinnen steht immer die Basis hier, das x. Wenn hier ein x² steht, steht hier vorne ein x. Jetzt kommt der aufwendigste Teil. Und zwar müssen wir die Zahl, die hier an das x dran multipliziert wird, im zweiten Summanden, diese minus 6, die müssen wir halbieren. Die Hälfte von minus 6 ist minus 3. Siehst du, das Vorzeichen wird übernommen. Wenn hier eine plus 6 steht, steht hier eine plus 3. Und dann musst du nur noch das Quadrat von dieser Zahl wieder abziehen. Das Quadrat von 3 ist eine 9. Und diese Zahl 9 ziehen wir wieder ab. Und siehst du das? Minus 9 plus 9, das löscht sich aus. Das muss nicht sein, aber bei dieser Aufgabe war es eben gerade so. Das heißt, im Endeffekt bleibt über 3 mal x minus 3 Quadrat. Du kannst auch gerne wieder mit der zweiten binomischen Formel das hier ausmultiplizieren. Und du wirst sehen, du kommst zu dieser ursprünglichen Darstellung zurück. Lass uns das Ganze einfach nochmal üben. Sagen wir, wir haben jetzt mal einen negativen Vorfaktor. Sowas wie minus 2 Quadrat minus 8x plus 6. Dann fangen wir genauso an wie eben. Wir klammern erst einmal diesen Vorfaktor aus. Das, was an das x² dran multipliziert wird. In diesem Fall ist es eine negative Zahl, ist aber auch nicht weiter schlimm. Das heißt, wir teilen jetzt jeden dieser drei Summanden durch minus 2. Dann bleibt hier vorne über x². Hier bleibt über, Achtung, minus 8 durch minus 2 ist eine plus 4. Na, weil wenn wir durch eine negative Zahl teilen, ändert sich das Vorzeichen. Und 6 geteilt durch minus 2 ist eine minus 3. Meine Empfehlung ist, dass du jetzt mal an dieser Stelle immer kurz eine kleine Gegenprobe machst. Einfach im Kopf mal schnell ausmultiplizierst. Stimmt das wirklich? Minus 2 mal 4 ist wirklich eine minus 8. Minus 2 mal minus 3 ist wirklich eine 6. Alles klar? Funktioniert. Weiter geht's. Einfach, um eventuelle Schusselfehler zu vermeiden. Nicht, dass du dann mit falschen Zahlen weiterrechnest. Und jetzt einfach mit dieser Klammer hier eine quadratische Ergänzung durchführen. Das heißt, wir schreiben innerhalb dieser großen Klammer wieder genau das auf, was wir eigentlich erreichen wollen. Wir wollen dieses Muster erreichen. A plus B Quadrat oder A minus B Quadrat. Mit diesem Absolutglied, dieser minus 3 hinten. Na, wir lassen noch ein bisschen Platz, weil da wird ja gleich noch so ein Term ergänzt. So, und vorne steht immer die Basis hier. Wenn hier ein x Quadrat steht, steht hier ein x. Wenn hier ein y Quadrat steht, steht hier ein y. Wenn hier ein a Quadrat steht, steht hier ein a. Und jetzt der schwierigste Teil. Du musst von dieser Zahl hier, die an das x dran multipliziert wird, im zweiten Summanden, die Hälfte nehmen. Die Hälfte von plus 4 ist plus 2. Und jetzt wird es einfach, du musst nur noch das Quadrat dieser Zahl wieder abziehen. Also quasi rechnen, minus 2 Quadrat. Alles klar, 2 Quadrat ist eine 4. Und minus 4 minus 3 ist eine minus 7. Damit haben wir es. Wir haben raus, minus 2 mal. Dann kommt eine riesig fette Klammer. x plus 2 Quadrat minus 7. Du kannst es gerne so stehen lassen. Besser wäre allerdings, wenn du noch ausmultiplizierst. Vor allem, wenn du später diese quadratische Ergänzung benutzen möchtest, um von quadratischen Funktionen die Scheitelpunktform zu bestimmen. Also den Scheitelpunkt, die x- und y-Koordinate. Deswegen empfehle ich dir, immer noch mal auszumultiplizieren. Aber je nachdem, wofür du es brauchst. Zum Beispiel, wenn du eine quadratische Gleichung lösen möchtest, musst du nicht unbedingt noch mal ausmultiplizieren. Also je nach Anwendung einfach. Dann die minus 2 mit diesem Summanden und die minus 2 noch mit diesem Summanden multipliziert. Also minus 2 mal minus 7 ist eine plus 14. Und damit haben wir es geschafft. So funktioniert die quadratische Ergänzung, wenn du vor dem x-Quadrat einen beliebigen Faktor stehen hast. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Hey, ich hoffe, das Video hat dir gerade gefallen. Wenn du dich demnächst auf eine Matheprüfung vorbereiten musst, dann schau unbedingt mal unter diesem Video nach. Ich habe dort mehrere von meinen Online-Kursen verlinkt, die dich bestmöglich auf deine Matheprüfung vorbereiten. Wenn dir das Video weitergeholfen hat und du mich in Zukunft unterstützen möchtest, dann erzähl einfach deinen Kommilitonen, deinen Freunden und deiner Familie von mir und abonnier den Kanal. Danke dir.